Hallo und herzlich willkommen, ich bin es mal wieder, euer iKai und jetzt kommt meine Review zu der Jellycom Bluetooth Tastatur, das ist das Modell K62B3. Viel Spaß! In diesem Video werde ich euch die Tastatur im Detail zeigen, ich werde euch meine Erfahrungen nennen, die ich in der letzten Zeit gesammelt habe und ich werde euch sagen, warum ich mich ausgerechnet für dieses Modell entschieden habe. Legen wir los! Lieferumfang. Es ist nicht viel dabei, aber wir benötigen nicht viel. Wir haben natürlich die Tastatur, wir haben eine Anleitung, wir haben erfreulicherweise ein USB-C Ladekabel auch mit dabei und zusätzlich gibt es noch eine Matte, eine durchsichtige Matte, die wir auf die Tastatur legen können, damit sie nicht so schnell dreckig wird. Einrichten. Das funktioniert wirklich sehr, sehr einfach, wir müssen dieses Keyboard nur hinten einschalten, dafür gibt es einen On- und Off-Schalter, dann können wir einen Slot auswählen, je nachdem welches Gerät wir gerade verwenden möchten bzw. verbinden möchten. Gehen dann in unsere Bluetooth-Einstellung bei dem Gerät und können das dann dort verbinden bzw. das Gerät wird dann dort angezeigt werden. Hier ist die Anleitung definitiv sehr hilfreich, denn wir haben hier Schritt-für-Schritt-Anleitungen für unterschiedliche Betriebssysteme, mit der die Tastatur verwendet werden kann. Design und Haptik. Ich habe nach einer Tastatur Ausschau gehalten, die als Alternative für das Magic Keyboard für mich fungieren kann. Also was vielleicht ähnliche Funktionen bietet, eine ähnliche Qualität für sogar, ja, vielleicht sogar den günstigeren Preis. Und rein vom Optischen muss man sagen, ähnelt die Tastatur wirklich sehr dem Magic Keyboard. Die hat ein schönes Aussehen, wir haben hier das silberne Aluminium, also das ist wirklich echtes Aluminium. Und wir haben dünne Ränder, also die Tasten sind in diesem Fall sehr, sehr groß und es gibt wenig Silber am Rand. Aber wir werden auch beim Anfassen positiv überrascht. Wie schon gesagt, das Ganze besteht aus Aluminium. Es fühlt sich, ja, hochwertig an, dadurch, dass das Ganze extrem dick bzw. schwer ist. Aber da die Tastatur sowieso nur auf dem Tisch rumliegt, macht das keinen Unterschied. Aber beim Tippen fühlt man es, dass das Ganze nicht wackelt bzw. dass es einfach sehr, sehr stabil ist. Und ebenso ist es auch mit den Tasten. Die haben einen ähnlichen Druckpunkt wie die Tasten eines MacBooks, also für mich nicht zu hoch und nicht zu tief. Wir sehen hier an der Tastatur bzw. einen vereinzelten Tasten, dass die vorgesehen ist für beide Betriebssysteme, also für macOS und für Windows. Ebenfalls sehen wir auch, dass wir hier eine Beleuchtung haben. Die können wir in drei Stufen einstellen, also ausgeschaltet bzw. schwach, mittel und stark. Und zu guter Letzt, auf der Rückseite befindet sich die Antenne und die Schnittstelle, wo wir die Tastatur laden können. Erfahrung. Dieses ganze Alltägliche gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir können die Tastatur ganz normal anschalten, wir können dann einen Slot auswählen und dann verbindet sich die Tastatur relativ zügig. Wir haben eine kleine Wartezeit, aber die ist nicht der Rede wert und die ist, wie gesagt, halt auch nur am Anfang, wenn man die Tastatur nicht länger benutzt hat. Und das ist für mich meiner Meinung nach vertretbar. Ein großer Pluspunkt für mich ist, dass diese Tastatur an beiden Betriebssystemen benutzt werden kann und dass es dafür dann halt auch extra Bezeichnungen gibt, dass man da sich relativ schnell zurechtfindet bzw. auch nicht durcheinander kommt. Das ist für mich wirklich perfekt. Ja, wie gesagt, die Tasten sind nicht allzu hoch. Die haben einen schönen Druckpunkt und eignen sich deshalb besonders gut zum Schreiben. Zum Zocken wäre das jetzt nicht meine erste Wahl, aber man kann nichtsdestotrotz damit auch spielen. Was für mich eines der wichtigsten Argumente war, war die Beleuchtung und dass wir die in drei Stufen ändern können, ist für mich auch vollkommen ausreichend. Zwei Stufen hätten es auch für mich getan. Ebenfalls muss ich auch sagen, dass ich hier keinen Bedarf habe, irgendwie die Farbe zu wechseln, denn für dieses klassische Design, für dieses Aluminium, ja elegante Design, müsste es auch nicht zwingend eine andere Farbe geben bzw. würde meiner Meinung nach eine bunte Beleuchtung das alles ein bisschen kaputt machen. Dieses klassische Weiße ist für mich in Ordnung und leuchtet auch hell genug auf der richtigen Stufe. Was ich dann aber sagen muss, ist, dass die Beleuchtung dann nicht so gut ist wie halt bei einem MacBook. Man sieht, dass die Tasten nicht komplett gleichmäßig leuchten und ich habe sogar hier zwei Tasten, wo ich ja entweder der Meinung bin, dass die von Anfang an nicht richtig beleuchtet wurden oder dass da bei mir die LEDs kaputt sind, denn die leuchten gar nicht bzw. viel, viel dunkler als die Tasten daneben. Und damit kommen wir natürlich auch noch zu einem der wichtigsten Punkte überhaupt. Wie lange hält denn die ganze Tastatur, denn damit steht und fällt ja dieses Bluetooth bzw. dieses Akkukonzept. Und in diesem Fall muss ich sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass ich mich nicht habe abschrecken lassen von den Herstellerangaben, denn natürlich soll eine Tastatur so und so lange halten. Das sind aber auch Idealbedingungen bzw. in bestimmten Bereichen getestet. Und natürlich, wenn die Tastatur mit weniger Licht verwendet wird, verbraucht sie auch weniger Akku. Und um das zu gewährleisten, hat die Tastatur auch zwei Energiesparmodi. Zu einem geht nach 30 Sekunden ohne irgendeinen Tastendruck die Beleuchtung aus und nach insgesamt 30 Minuten ohne Eingaben geht die Tastatur in den Standby-Modus. Um euch da ein praktisches Beispiel zu zeigen, möchte ich euch jetzt mein Profil näher bringen. Also mein Profil ist wie folgt. Ich benutze die Tastatur täglich. Am Wochentagen können es 1 bis 3 Stunden sein. Es können aber auch am Wochenende gerne mehrere Stunden sein. Wie gesagt, sie wird täglich benutzt und sie wird nicht abgeschaltet. Also der Knopf, der bleibt auf jeden Fall die ganze Zeit an. Und ich versuche eigentlich relativ häufig, außer es ist gerade wirklich sehr, sehr hell am Tag, versuche ich meistens die Beleuchtung anzumachen, da ich die und anderem deswegen gekauft habe. Und ich benutze die Beleuchtung in der niedrigsten Stufe. Mein Ergebnis für diesen Test ist, dass die Tastatur bei mir 24 Tage lang gehalten hat. Das ist natürlich kein Vergleich zu meiner MX Master 2, die hält so ziemlich genau zwei Monate. Aber man muss wirklich sagen, das ist deutlich mehr, als ich erwartet habe. Und ich muss sagen, darüber bin ich sehr, sehr froh, denn das sind ein bisschen länger als drei Wochen. Und damit kann ich wirklich sehr, sehr gerne leben. Wenn ich die jetzt wirklich jeden zweiten Tag oder jede Woche laden müsste, würde mir das nicht gefallen. Aber so ist das wirklich ein Ergebnis, was für mich definitiv sich nicht verstecken muss. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Was mir so gut an dieser Tastatur gefällt, ist das gesamte Paket, was wir damit bekommen. Wir haben eine minimalistische Optik, eine hochwertige Haptik, der Preis ist in Ordnung und die Funktionen übertreffen sogar das Original. Es sind meiner Meinung nach nur Kleinigkeiten, die noch verbessert werden könnten. Natürlich kann man immer sagen, es wäre schön, wenn der Akku noch größer wäre, beziehungsweise wenn halt die Tastatur noch länger halten würde. Was mich aber wirklich begeistern würde, beziehungsweise worüber ich mich sehr freuen würde, wäre ein Menü, wo man einzelne Einstellungen ändern kann. Beispielsweise, dass nach 30 Sekunden die Beleuchtung ausgeht. Und deswegen kann ich definitiv sagen, sehe ich diese Tastatur als Alternative zum Magic Keyboard. Besonders für Leute, die halt auch ebenso wie ich gleichzeitig ein Mac und ein PC benutzen. Für diese Leute kann ich das ganz besonders empfehlen. Und ja, das war es für meine Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.